Wir wollten in dieser Folge herausfinden, woher Hessen kommt, wann und wo Hessen war und ist. Felix, ist uns das gelungen? Was glaubst du? Ja, ich sag mal, wir haben uns auf jeden Fall redlich Mühe gegeben. Ich glaube, wir haben jetzt in der Doppelfolge fast 2000 Jahre hessischer Geschichte behandelt. Wir haben uns das Gebiet, das wir heute Hessen nennen, wirklich sehr ausführlich angeschaut. Es ging um Momente, die Hessen ausmachen, vereinten, trennten und letztlich zu dem machten, was es heute ist. Ein herzliches Willkommen zurück bei Hestory, dem hessischen Geschichtspodcast. Mein Name ist Alexander Maser und ich bin Felix Burkhardt. Ja, und heute heißen wir euch willkommen zum zweiten Teil unserer Doppelfolge Hessen kein Land vor unserer Zeit. Dieser zweite Teil hat jetzt zum ersten Mal quasi auch offiziell den Namen kein Land vor unserer Zeit, obwohl der erste Teil der Doppelfolge auch schon so hieß. Aber Alex, das haben wir irgendwie im ersten Teil nicht wirklich erwähnt, glaube ich. Ja, wir haben den Namen der Folge und dabei haben wir uns so viel Mühe gegeben, einen passenden Titel für diese Folgen zu finden. Ja, und dann haben wir ihn nicht genannt. Also dementsprechend werden wir es heute vielleicht noch mehrfach machen. Hessen, kein Land vor unserer Zeit. Da es sich hierbei um den zweiten Teil handelt, wie Felix jetzt schon gesagt hat, möchten wir euch ans Herz legen, erstmal den ersten Teil von dieser Folge zu hören. Wenn ihr euch allerdings nicht in dem Sinne für die hessische Früh- und mittelalterliche Geschichte interessiert, könnt ihr natürlich auch gleich mit dem zweiten Teil einsteigen. Ganz genau und wir haben, wie du schon sagst, in dem ersten Teil unserer Doppelfolge ja quasi einen ganz weiten Bogen zurückgeschlagen. Wir haben angefangen bei den Katten, wie auch immer man sie nun exakt ausspricht und haben uns da quasi mit den Urhessen beschäftigt, wenn man das mal so sagen darf. Und dann, wenn mich nicht alles täuscht, ergänzt gerne, sind wir glaube ich unter anderem im Frankenland Hessen gewesen. Ganz genau. Quasi Hessen unter fränkischer Herrschaft in dem Sinne und wie sich das Ganze dann letztlich zur Landgrafschaft entwickelt hat. Da hast du uns ja einiges erzählt über die heilige Elisabeth und auch die Sophie von Brabant und Heinrich das Kind. Heinrich das Kind. Genau, darüber haben wir auch gesprochen. Also Mittelalter pur hieß es in dem ersten Teil unserer Folge. Genau und dann zuletzt sind wir glaube ich, haben wir noch einen kleinen Abstecher in die hessischen Tropen gemacht, wenn mich das nicht alles täuscht. Genau, also ein paar Abschnitte haben wir natürlich noch gestreift, 30-jähriger Krieg und sowas und sind dann gekommen bis Hanauisch-Indien. Genau. Also allein schon deswegen lohnt sich sicherlich der andere Teil unserer Doppelfolge nochmal anzuhören. Aber wir steigen jetzt heute ein, ziemlich genau vor 200 Jahren, um genauer zu sein, am Beginn des 19. Jahrhunderts und heute haben wir also die letzten 200 Jahre hessischer Geschichte vor der Brust und ich würde sagen, damit geht es jetzt einfach mal los. Viel Vergnügen. Wir starten in den zweiten Teil unserer Reise durch die Geschichte Hessens und wenn ihr euch erinnert, hatten wir da ja ein kleines Vehikel und deswegen drehen wir jetzt erstmal am Rad. Felix, wir sind jetzt im frühen 19. Jahrhundert angekommen. Jetzt geht es aber auch Schlag auf Schlag, kann ich dir sagen. Aber erstmal eine Frage vorab. Was sagt dir das Jahr 1803? Das ist relativ einfach zu beantworten, würde ich sagen. 1803 ist das Jahr des Reichsdeputationshauptschlusses. Also das ist wirklich eines der schönsten Wörter, die es auf Deutsch gibt. Reichsdeputationshauptschluss. Jetzt erklären wir doch vielleicht noch, was es damit auf sich hat. Genau, also ganz grob zusammengefasst. Napoleon hat die Gebiete links des Rheins Frankreich einverleibt und in Regensburg wird nun darüber beratschlagt, welche Entschädigungen die deutschen Fürsten für ihre Verluste erhalten sollen. Maßgeblich beeinflusst durch Frankreichs Außenminister Talleyrand, der natürlich das Beste für sein Land rausholen will und auch allzu gerne Bestechungsgelder annimmt, werden nun einige der deutschen Fürstentümer neu geordnet. Das hast du perfekt zusammengefasst. Lehrbuchmäßig. Diese Veränderungen betrafen etwa 5 Millionen Menschen, die sich plötzlich unter neuen Landesherren wiederfanden. Und dazu zählten auch ein paar Hessen. Genau, zum Beispiel auch der Landgraf von Hessen Kassel, Wilhelm IX. Und der, ja, Geizkragen kann man glaube ich sagen, hatte tatsächlich nicht allzu viele Bestechungsgelder an Talleyrand abgedrückt, weshalb die Landgrafschaft nicht großartig wuchs. Stattdessen erhob man ihn allerdings in den Stand eines Kurfürsten, der ja mit seinen Kurfürstenkollegen bekanntlich dazu ermächtigt war, den deutschen Kaiser zu wählen. Aus der Landgrafschaft Hessen Kassel wurde nun das Kurfürstentum Hessen. Aber nun 1806. Es handelt sich natürlich um das oftmals sogenannte Epochenjahr. Napoleon macht erneut ganz schön Wind in West- und Mitteleuropa. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation bricht zusammen und unzählige deutsche Territorien verändern sich, beziehungsweise verschwinden von der zugegebenermaßen komplizierten Landkarte in Deutschland. So auch wiederum in Hessen. Der Landgraf von Hessen-Darmstadt hatte ein wenig Mühe mit den Vorgängen jener Tage. Er wollte auf keinen Fall auf der Verliererseite stehen, war sich jetzt aber oftmals nicht ganz so sicher, wer eigentlich zu verlieren drohte. Mit dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803 standen die Dinge eigentlich noch ganz gut. Und die Landgrafschaft erhielt nach entsprechender Bestechung unter anderem das Herzogtum Westfalen. Doch als Napoleon dann 1806 die hessischen Soldaten zur Unterstützung gegen Österreich forderte, verweigerte er das. Kleiner Einwurf, auch der frisch gebackene Kurfürst von Hessen, also ehemals Hessengassel, liebäugelte 1806 eher mit Preußen und bekam dafür prompt die Quittung. Er musste nämlich ins Exil fliehen, wo er lange Jahre blieb. Wie war das in Hessen-Darmstadt? Naja, also wenn der Landgraf von Hessen-Darmstadt das Geld gehabt hätte, wäre er sicher auch ins Exil gegangen, aber nichts dergleichen. Sein Land wurde von Frankreich besetzt und er unterwarf sich Napoleon und war damit unverschämt gut bedient. 1806 trat er dem Rheinbund bei, den Napoleon als französisches Militärbündnis geschaffen hatte und besiegelte damit gemeinsam mit 15 anderen deutschen Staaten das Ende des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Und zur Belohnung wurde die Landgrafschaft Hessen-Darmstadt nun zum Großherzogtum Hessen. Und der neue Großherzog langte ja auch ganz großherzoglich zu. Er schluckte, wenn mich nicht alles täuscht, Hessen-Homburg und entmachtete weitere Fürsten, zum Beispiel die von Erbach und von Solms und weitere. Und gerne hätte er sogar ein Königreich Hessen ausgerufen und noch das Kurfürstentum im Norden geschluckt. Aber da spielte Napoleon nun nicht mehr mit und der hatte ja schließlich das Sagen. Ja, wir ersparen euch jetzt nun weitere Details, denn die Veränderungen waren wirklich unfassbar weitreichend unkompliziert für die hessischen Lande. Es verschwanden wirklich einige der Kleinstaaten in Deutschland von der Bildfläche. So halt auch in den hessischen Landen unter anderem Nassau-Using, das gemeinsam mit Nassau-Weilburg zum Herzogtum Nassau wurde. Nassau ist übrigens ein gutes Stichwort, denn darüber haben wir bislang noch gar nicht gesprochen. Zum heutigen Hessen gehörten ja einige Landstriche, die zumindest namentlich überhaupt nicht nach Hessen klingen. Ja, da hast du allerdings recht. Und Nassau ist hier sicherlich ein besonders bekannter Name, der später dann in Hessen aufging. Wenn man über Hessen redet, darf man Nassau keinesfalls vergessen. Naja, im 18. oder beziehungsweise 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts hätte ich beispielsweise in Nassau-Using gelebt. Da ist namentlich nichts mit Hessen. Richtig. Jetzt ist aber auch gut. Den Leuten klingeln schon die Ohren vor lauter Fürstentümern. Das wird aber auch nicht besser, mein Lieber. Denn als ich Napoleon 1814, 15 endgültig geschlagen geben muss, findet was genau statt? Ich sehe es kommen. Der Wiener Kongress. Ganz genau. Und der bringt das Durcheinander. Also während einige napoleonische Veränderungen trotz aller Bemühungen Bestand hatten, versuchte man viele Dinge ungeschehen zu machen. Unter anderem feierte die Landgrafschaft Hessen-Homburg ihre Wiederauferstehung. Das Kurfürstentum, das Kurfürstentum, meine Herren, schwieriges Wort, oben in Kassel und das Großherzogtum unten in Darmstadt blieben bestehen, konnten aber gewisse Gebiete gewinnen oder tauschen. Also was damals noch alles möglich war, ne? Darmstadt tauschte einfach mal Westfalen gegen Rheinhessen. Verrückt. Und mit dem Zugewinn des Fürstentums Waldeck umfassten die hessischen Lande 1815 tatsächlich ein ähnliches Gebiet wie das heutige Bundesland Hessen. Wir könnten es nun vermutlich dabei bewenden lassen und das wäre ein toller Übergang zum heutigen Hessen, aber... Aber es gab ja durchaus noch ein paar andere Zäsuren, die für die Ausgestaltung des heutigen Hessens relevant waren. Und wir überspringen jetzt also nochmal ein paar Jahre. Naja, eigentlich überspringen wir fast den gesamten Deutschen Bund. Denn da tat sich zwar politisch einiges, aber nicht unbedingt geografisch. Ein bisschen Springen ist aber auch in Ordnung, denke ich, denn wir wollen ja nicht nur alles nacherzählen, sondern die wichtigsten Wendepunkte auch entsprechend würdigen. Und da haben wir wieder so einen 1866 beziehungsweise 1870-71. Also am Übergang vom Deutschen Bund zum Norddeutschen Bund 1866 und schließlich zur Reichsgründung. Genau. Denn Hessen stellt in diesen Jahren in verschiedenen Hinsichten einen Sonderfall dar. Zunächst einmal kommt es 1866, auf Deutsch gesagt, richtig herb. Aus dem Deutschen Krieg ging Preußen, nachdem es Österreich und seine Verbündeten besiegt hatte, bekanntlich als Sieger hervor. Bereits im Zuge des Krieges besetzte es verschiedene, bisher eigenständige Staaten, darunter das Kurfürstentum Hessen, also ehemals Hessen-Kassel, das Herzogtum Nassau und die freie Stadt Frankfurt. Die hatten sich alle auf die Seite Österreichs gestellt, dadurch aber gewissermaßen auf das falsche Pferd gesetzt. Und nach der Besetzung und dem Sieg Preußens folgte schließlich die formelle Annexion. Das heißt, diese Gebiete wurden dann einfach Teil des Königreichs Preußen. Kann man denn dann noch von irgendeiner Art hessischer Selbstständigkeit sprechen? Ja und nein. Frankfurt war, wenn man das so sagen darf, besonders hart getroffen. Man war seit 1220 selbst verwaltet und seit 1372, also fast 500 Jahre lang, Reichsstadt und dadurch fast voll souverän. Und auf einmal wurde man zu einer unter vielen preußischen Städten degradiert. Und weil er den freiwilligen Anschluss an Preußen ablehnte, beging der letzte ältere Bürgermeister, was heute dem Oberbürgermeister entsprechen würde, sogar Selbstmord. Hessen-Kassel und Nassau erlitten aber ein ähnliches Schicksal, denn sie wurden zu preußischen Provinzen heruntergestuft, beziehungsweise in bestehende Provinzen eingegliedert. Aber einen wesentlichen Teil haben wir ja noch ausgelassen. Im Süden, nämlich Hessen-Darmstadt. Absolut. Das hatte seine ganz eigene Geschichte. Es wurde nämlich als einziges hessisches Territorium nicht annektiert, sondern blieb eigenständig, obwohl es an der Seite Österreichs gegen Preußen gekämpft hatte. Ganz in Ruhe gelassen hat man es aber nicht, denn das Großherzogtum Hessen-Darmstadt bestand zu diesem Zeitpunkt aus zwei nicht miteinander verbundene Territorien. Die nördliche Hälfte wurde Teil des 1866 neu gegründeten Norddeutschen Bundes, die südliche Hälfte aber nicht. Hessen-Darmstadt war damit das einzige Staatsgebilde, das teilweise im und außerhalb des Norddeutschen Bundes lag. Da fragt man sich jetzt, woran hat es gelegen? Da fragt man sich natürlich immer im Nachhinein, woran es gelegen hat. Spaß beiseite. Also die Antwort ist ziemlich simpel. Der Norddeutsche Bund, der ja zu einem wesentlichen Teil auch ein Militärbündnis war, sollte nach Süden hin mit der sogenannten Main-Linie abschließen. Und so lag der südliche Teil Hessen-Darmstadts eben außerhalb dieser Grenze. Das war für den Norddeutschen Bund und Preußen aber nicht weiter dramatisch, denn über den Teil, der nördlich des Mains lag und Teil des Bundes war, konnte man immer noch mehr als genug Einfluss geltend machen. Okay, also halten wir fest. Bis auf Hessen-Darmstadt verloren die hessischen Territorien eigentlich schon 1866 ihre Souveränität an Preußen. Und dann kam ja 1870, 1871 noch die Reichsgründung. Wie wirkte die sich dann noch aus? Das wird jetzt nicht überraschen. Unterschiedlich. Für die bereits annektierten Teile war die Messe ja quasi schon 1866 gesungen. Also mit Blick auf die Eigenstaatlichkeit zumindest. Hessen-Darmstadt wiederum blieb auch nach 1871 eigenständig, aber als Gliedstaat des neuen Kaiserreichs. Heißt, es kam zu einer sogenannten Teilsouveränität, die nicht unähnlich zu der der heutigen Bundesländer ist. Gewisse Dinge konnten vom Großherzogtum selbst geregelt werden. Viele Kompetenzen gingen aber auf das Reich über. Insgesamt wurden hessische Staatsangelegenheiten ab dieser Zeit aber so stark wie noch nie von Berlin ausgelenkt und eben nicht mehr aus Kassel, Frankfurt oder Darmstadt. Und so blieb es dann erstmal ein paar Jahrzehnte. Genauer gesagt fast 50 Jahre, nämlich bis 1918. Wie wir wissen, ging in diesem Jahr der Erste Weltkrieg zu Ende. Und obwohl dieser Krieg Millionen Menschen das Leben kostete und ja völlig zu Recht als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts beschrieben wird, ließ er die hessischen Gebiete zumindest territorial unversehrt. Was aber nicht bedeutet, dass es nicht große Einschnitte gegeben hätte. Für uns heute am wichtigsten ist wahrscheinlich die Änderung der Staatsform. Wie in allen anderen Teilen Deutschlands wurde auch in Hessen die Monarchie abgeschafft und Hessen-Darmstadt, das bisher Großherzogtum gewesen war, wurde zu einem sogenannten Volksstaat. Und die, sagen wir mal, vor kurzer Zeit annektierten Teile Hessens wurden durch die Einführung der Republik Bestandteil des Freistaats Preußen. Die Geschichte mit der Teilsouveränität blieb aber ziemlich unverändert, nehme ich an. Also jetzt saß in Berlin zwar kein Kaiser mehr, sondern ein Reichspräsident. Aber waren die Hessen jetzt wieder eigenständiger oder nicht? Was würdest du sagen? Naja, auch wieder eine Frage der Perspektive. Sicher war durch die Einführung der Demokratie und die Stärkung des Rechtsstaats in allen Teilen, die heute unser Land bilden, der Einzelne viel besser dran als in der Monarchie, wo er ja doch oft und nach Bedarf oft die Rolle des Untertanen reduziert werden konnte. Das war ganz klar eine Verbesserung. Aber das Konzept der Teilsouveränität für die einzelnen Länder wurde durch die Einführung der Republik nicht wesentlich verändert. Aber dennoch hatten die unterschiedlichen Teile Hessens nun zum ersten Mal auf Dauer eine vom Volk legitimierte und beständige Regierung. Das können wir ja an der Stelle durchaus mal vorheben, oder? Kann man gar nicht oft genug sagen. Absolut richtig. Das war schon ganz wesentlich, weil jetzt eben die Hessen in Hessen auch endlich mal selber was anzumelden hatten und nicht nur eine Handvoll Fürsten etc. Man hat sich allerdings auch nicht so ganz mit Ruhm bekleckert, was diesen ersten republikanischen Versuch anging. Wie meinst du das jetzt? Nun ja, schauen wir zum Beispiel mal nach Hessen-Darmstadt, also in den Volksstaat Hessen. Bis zur Landtagswahl 1927 war zwar die SPD immer die stärkste Kraft gewesen, schon 1931 stellten allerdings die Nationalsozialisten die größte Fraktion im Landtag, denn sie hatten schon zu diesem Zeitpunkt, wohlgemerkt zwei Jahre vor der sogenannten Machtergreifung 1933, über 37 Prozent der Stimmen geholt. Oha. 1932, bei den letzten freien Wahlen im Volksstaat, waren es dann sogar 44 Prozent und ab 1933 stellten sie den letzten, wohlgemerkt noch frei gewählten Staatspräsidenten. Puh, naja, also man muss wohl leider deutlich festhalten, dass Hessen auch eine finstere, braune Vergangenheit hat. Und das schon relativ früh, so im Vergleich. Wie ging es denn dann weiter für Hessen im Nationalsozialismus? Da hätten wir, wie du dir denken kannst, natürlich für mehrere Folgen Stoff, aber mit Blick auf unseren Fokus heute ist sicher das Jahr 34 herauszuheben. In diesem Jahr erging das sogenannte, und ich zitiere, Gesetz über den Neuaufbau des Reichs. Zitat Ende, dass effektiv die Eigenstaatlichkeit bzw. Teilsouveränität der deutschen Länder aufhob. 1939 wurden die Länder vollends abgeschafft und die sogenannte Reichsgaue ersetzt. Das heutige Hessen wurde aufgeteilt in die Gaue-Kur-Hessen einerseits und Hessen-Nassau andererseits. Selbstverwaltung gab es spätestens zu diesem Punkt durch Diktatur und Gleichschaltung keine mehr. Und durch den Zweiten Weltkrieg, der dieses Mal auch hessisches Gebiet schwer traf, lag Hessen 1945 einmal mehr in Trümmern. 1945. Hessen und ganz Europa sind verwüstet. Nach der Niederlage Deutschlands errichten die vier Alliierten auf dem Gebiet des bisherigen Deutschen Reiches ihre Besatzungszonen. Wie müssen wir uns den Weg von diesem Zeitpunkt hin zum heutigen Hessen vorstellen? Also, man kam relativ schnell zu der Überzeugung, jedenfalls in den drei westlichen Besatzungszonen, auf die wir uns jetzt mal konzentrieren wollen, dass nicht nur wieder ein deutscher Staat geschaffen werden sollte, sondern dass er auch aus mehreren Ländern zusammengesetzt sein sollte, den Bundesländern. Das hatte einerseits den Vorteil, dass sich das deutlich schneller umsetzen ließ, als die Neugründung eines Gesamtstaates, wo es ja noch viele offene Fragen gab und man somit eine erste Regierungs- und Verwaltungsstruktur zurückbekam. Und andererseits hat Föderalismus natürlich auch etwas mit Gewaltenteilung zu tun. Wenn die Staatsgewalt nicht nur auf Legislative, Exekutive und Judikative aufgeteilt ist, sondern darüber hinaus auch noch zwischen mehreren staatlichen Ebenen, besteht, so zumindest der Gedanke, weniger Anfälligkeit für eine Diktatur. Die Bundesländer waren also auch ein Element der Demokratiesicherung. Verständlich. Aber kommen wir doch nochmal zurück. Was bedeutete denn das jetzt konkret für unser Hessen? Zunächst wurden die Grenzen ziemlich umfangreich neu gezogen. Beispielsweise hatte Preußen spätestens mit Kriegsende faktisch zu existieren aufgehört und wurde später auch auf dem Papier aufgelöst. Das führte aber dazu, dass unter anderem die bisher unter seiner Herrschaft stehenden Gebiete neu zugeordnet werden mussten. Manche Bundesländer entstanden ganz neu. Zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, das sowohl nach seiner Fläche als auch nach seiner Einwohnerzahl das größte Nachfolgerland Preußens ist. Aber es wurden eben auch Länder neu oder wiedergebildet, die in der einen oder anderen Form schon früher existiert hatten. Und so kamen schließlich die ehemals preußischen Gebiete Hessens zurück zum neuen, sagen wir mal, Vereinigten Bundesland Hessen. Die hessische Wiedervereinigung quasi. Gefällt mir. Da waren ja jetzt aber trotzdem wieder nicht alle Territorien dabei, die man jetzt so historisch zu Hessen gerechnet hatte, oder? Also gerade zum Beispiel beim Blick auf Rheinhessen. Beim Blick auf Rheinhessen stellt man tatsächlich fest, dass wir das heutzutage in Rheinland-Pfalz und eben nicht in unserem Bundesland finden. Verantwortlich dafür sind vor allem die Grenzen der Besatzungszonen. Da haben wir sie wieder. Während der ehemalige Volksstaat, beziehungsweise zuvor das Großherzogtum Hessen, Kurhessen und Frankfurt vollständig innerhalb der amerikanischen Zone lagen, wurde Hessen-Nassau gewissermaßen durch den Rhein geteilt. Alles westlich des Flusses fand sich jetzt unter französischer Besatzung. Und weil es in dem Sinne ja bis 1949 keine übergeordnete Staatlichkeit gab, orientierte man sich eben an den Grenzen der Besatzungszonen, als man die neuen Länder bildete. Und voila, unter Abzug von Rheinhessen entstand unser Bundesland in seinen heutigen Grenzen. Ja, da sind wir doch schon relativ nah dran an unserem Hessen heute. Aber nimm uns doch nochmal mit, wie das nun im Detail abgelaufen ist mit der Entstehung. Also wie entsteht denn nun so ein Bundesland genau? Kurz gesagt durch zwei Rechtsakte, denn ohne das Recht geht eben nichts. Zunächst mal wurde durch die sogenannte Proklamation Nummer 2 von General Eisenhower, damals Befehlshaber der US-Streitkräfte in Europa, am 19. September 1945 zusammen mit Bayern und Württemberg-Baden das Land, Achtung, Großhessen ausgerufen. Oho, klangvoller Name. Sehr klangvoller Name. Und ein Jahr später benannte man sich dann in Hessen um. Und am 1. Dezember 1946 gab sich Hessen schließlich durch Volksabstimmung eine neue, eigene Verfassung. Auch wenn sie öfter mal geändert wurde, ist sie zu ganz weiten Teilen heute noch in Kraft. Und Hessen war damit das erste Bundesland, das sich nach dem Weltkrieg eine eigene staatliche Ordnung wiedergegeben hatte. 1949 wurde Hessen dann Teil der BRD, lag über 40 Jahre lang an der Grenze zur DDR und befindet sich seit 1990 nun endgültig im Herzen von Europa. Ach, also mit den letzten Worten hast du mich gekriegt. Ich denke, an dieser Stelle habt ihr, liebe Zuhörende, bereits einen guten Eindruck bekommen, dass Hessen stets Schauplatz geschichtsträchtigster Momente der europäischen und der deutschen Geschichte war. Ja, wir wollten in dieser Folge herausfinden, woher Hessen kommt, wann und wo Hessen war und ist. Felix, ist uns das gelungen? Was glaubst du? Ja, ich sag mal, wir haben uns auf jeden Fall redlich Mühe gegeben. Ich glaube, wir haben jetzt in der Doppelfolge fast 2000 Jahre hessischer Geschichte behandelt. Wir haben uns das Gebiet, das wir heute Hessen nennen, wirklich sehr ausführlich angeschaut. Es ging um Momente, die Hessen ausmachen, vereinten, trennten und letztlich zu dem machten, was es heute ist. Das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst. Ja, vielleicht haben wir tatsächlich mit unseren Ausführungen so ein bisschen dazu beigetragen, dass Hessen für euch ein wenig nachvollziehbarer ist. Also für mich hat sich tatsächlich während der Recherchen und dann auch während der Zusammenfassungen, die wir ja gemacht haben, doch durchaus das eine oder andere nochmal ein bisschen klarer herausgestellt. Also zum Beispiel die Unterschiede zwischen Nordhessen und Südhessen, die ja auch bei uns immer mal anklingen, mein lieber Nordhesse, die sind für mich jetzt doch noch ein bisschen nachvollziehbarer, weil es hier halt eben einfach um jahrhundertelange wechselhafte Ereignisse ging und wechselnde Zuständigkeiten oder Obrigkeiten und dergleichen. Aber das mal nur so nebenbei. Ja, natürlich haben wir uns auch heute nur ganz wenige Schlaglichter angeschaut. Wir haben uns auf Momente konzentriert, von denen wir denken und dachten, dass sie dazu beitragen, Hessen irgendwie territorial, also geografisch und auch geschichtlich noch ein bisschen besser zu verstehen. Genau, und wir haben uns dabei auf die eher größeren Zusammenhänge fokussiert. Also wir haben natürlich auch versucht, einige kleinere Grafschaften und Herrschaften und wie auch immer zu beleuchten. Aber bis ins letzte Detail würde das wahrscheinlich etwas den Rahmen sprengen, wenn man jetzt jedes Gebiet, was mal zu Hessen gehört hat, anschauen würde. Wir haben einige Kuriositäten angesprochen, einige haben wir uns aber auch gespart. Vielleicht noch ein kleines Beispiel zum Schluss. Die Stadt Bad Wimpfen, die in Baden-Württemberg liegt, vielleicht. Bad Wimpfen? Bad Wimpfen, genau. Und zum Landkreis Heilbronn gehört, ist zum Beispiel bis heute umstritten. Das klingt ein bisschen merkwürdig, aber tatsächlich steht die hessische Landesregierung nach wie vor auf dem Standpunkt, weil nämlich Bad Wimpfen früher als Exklave zu Hessen-Darmstadt gehört hat, dass also Bad Wimpfen tatsächlich nach wie vor staatsrechtlich Teil des Landes Hessen sei. Und Baden-Württemberg wiederum steht auf dem Standpunkt, dass jedenfalls der Landkreis und damit auch die Stadt Bad Wimpfen von Baden-Württemberg wiederum verwaltet sei. Und auch durch Gerichte ist zumindest die Meinung mal vertreten worden, dass Bad Wimpfen jetzt zu Baden-Württemberg gehören müsse. Und sagen wir mal, ein bisschen redundant ist es natürlich schon, weil am Ende ist durch die Verwaltung durch Baden-Württemberg und dadurch, dass Hessen dort keinerlei Befugnisse mehr ausübt, ist effektiv Bad Wimpfen natürlich Bestandteil Baden-Württembergs auf die eine oder andere Weise. Aber wir können das ruhig mal festhalten, dass wenn man es darauf ankommen lassen würde und jetzt hier eine staatsrechtliche Auseinandersetzung führen wollte, müsste man zu dem Ergebnis kommen, dass der Status von Bad Wimpfen immer noch nicht geklärt ist. Also auch die hessische Geschichte hat noch so ein paar, wie soll ich sagen, Nebenkapitel, die durchaus noch fortdauern. Definitiv. Ja, also das sind solche Kuriositäten, wo dann natürlich auch die Frage, wo war und ist Hessen, nochmal eine ganz andere Perspektive aufkommt, würde ich behaupten. Absolut. Ja, wir wollen nun zum Abschluss kommen, denke ich. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr da dran geblieben seid, trotz dieser 2000 Jahre Geschichte, die wir jetzt hier ein bisschen abgefrühstückt haben. Nun, wir freuen uns natürlich jederzeit über Feedback. Das könnt ihr uns wo geben, lieber Felix? Zum Beispiel auf Instagram, würde ich sagen. Ganz genau, vor allem dort. Dort könnt ihr uns folgen, dort sind wir zu finden. Dort gibt es auch das ein oder andere noch außer der Reihe und natürlich auch noch zusätzliche Infos und auch Bildmaterial zu unseren Folgen. Da könnt ihr euch noch ein wenig weiter informieren und am Ball bleiben. Und dort erfahrt ihr auch ganz besonders direkt, wann die nächste Folge rauskommt. Ganz genau. Ja, also bleibt uns eigentlich nicht viel mehr zu sagen, als bleibt schön gesund und munter. Und uns gewogen. Und uns gewogen, ganz genau. Felix, ich danke dir für diese Folge. Ich danke dir für diese Doppelfolge. Genau, richtig. Also, macht's gut und tschüss. Und tschüss. rogue, sieh.. schreckende Musik verg, smo